Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen im großen unterirdischen Reich beim Spiel Zork 1 auf dem Amiga. Mein Name ist Alexander und ich freue mich, dass Sie in eine weitere Replay-Folge zum Spiel Zork 1 bei dem Pretty Old Pixel eingeschaltet haben. Und wie beim letzten Mal bin ich nicht alleine. Hallo Selma, bist du auch so gespannt wie ich, wie es jetzt weitergeht? Ja, vor allen Dingen muss man ja so ein bisschen zugeben, dass wir letztes Mal aus Juxens Dollerei noch zwei Schritte weiter gemacht haben und den Anschlusspunkt an unsere Karte wieder gefunden haben. Sonst wäre ich jetzt komplett aufgegeben, weil das war letztes Mal schon sehr verwirrend, dass man, wenn man zweimal nach links geht und zweimal nach rechts dann wieder zurückgeht, nicht an der gleichen Stelle endet, wo man gestartet hat. Das war irgendwie sehr verwirrend. Ja, Selma, ich wollte eigentlich verschweigen, dass wir uns tatsächlich im Wald verlaufen haben. Ich meine, ich als Stadtmensch, das ist ja okay, das passiert halt. Aber du bist ja eigentlich halb Landmensch und wie konnte denn das passieren? Und du hast ja vor allem die Karte gezeichnet. Ja, du möchtest das jetzt gerne wieder mir in die Schuhe schieben, aber ich denke mal, du bist ja derjenige, der gelaufen ist. Also wie konnte das denn passieren? Du bist nicht meiner Karte gefolgt. Ja, ich höre auf meinen Beifahrer natürlich. Was glaubst du denn? Ja, aber ich kann nichts dazu, wenn ich rechts sage und du links fährst. Okay, also meine Damen, meine Herren, wir haben uns verlaufen bei dem Spiel. Das heißt, in der letzten Folge konntet ihr sehen, wie wir durch das Unterholz des Waldes gestolpert sind und nicht mehr weitergekommen sind. Aber Selma sagte ja schon, wir haben aus Jux und Dollerei, nachdem wir auf Aufnahmeende gedrückt haben, einfach mal Süden eingegeben. Und dann waren wir plötzlich an einem Ort, wo wir uns auskennen. Deshalb haben Selma und ich auch beschlossen, an der Stelle jetzt weiterzuspielen und nicht neu anzufangen. Uns ist jetzt auch bewusst, dass wir natürlich jetzt Züge verschwendet haben. Wir haben jetzt 60 und wir gehen sowohl Selma als auch ich davon aus, dass das Spiel irgendeine Begrenzung hat und dass wir nochmal neu anfangen müssen. Aber ich glaube nicht, dass das schlimm ist, weil dann wissen wir ja, was wir zukünftig machen müssen und würden dann bei einer neuen Partie einfach durchmarschieren. Das ist unser Plan, Selma, oder? Genau, und beim Restart löschen wir ja auch die Karte nicht. Die bleibt hier dann auch. Die bleibt, die bleibt. Die Mühe, die wir uns jetzt hier einmal gemacht haben, das ist ja wie in echt. Also man würde ja auch in echt, wenn wir mit einer Papierkarte spielen würden, ja auch die Karte nicht wegschmeißen, wenn wir neu anfangen. Genau. Das war ja gerade der Reiz damals. Bevor wir jedoch anfangen, würde ich nochmal Selma kurz zusammenfassen, worum es denn eigentlich geht. Einverstanden? Bitte. Also, wir spielen einen unerschrockenen Schatzsucher, der sich auf der Suche nach Reichtum und Abenteuer in das untergegangene unterirdische Reich des alten Imperiums hineinwagt. Unsere Aufgabe besteht darin, Schätze zu finden und sie in unserem Trophäenschrank zu deponieren. Aber wir haben bisher keine Schätze gefunden, sondern vielmehr die Orientierung verloren. Ihr hattet es ja gesehen und wir haben es ja gerade erzählt. Das Schlimmste ist, wir haben ja noch nicht einmal Selma den Eingang in das unterirdische Reich gefunden. Und ich hoffe, dass wir uns heute etwas besser anstellen werden, oder? Richtig. Es ist ja auch interessant, dass wir beide irgendwie unbewusst, bewusst davon ausgegangen sind, dass dieser Eingang in das unterirdische Reich irgendwo in dem Haus liegt. Aber das ist ja gar nicht so gegeben, muss ja gar nicht sein. Ja, ich glaube aber trotzdem. Also, mein Plan wäre, dass wir jetzt zunächst einmal zum Haus zurückkehren, denn wir hatten ja dort, ich glaube, auf der östlichen Seite, da steht auch Behind House. Genau. Ich zoome da mal ran, damit ihr das auch sehen könnt. Also, Open Windows und Small Pass through Woods East. Also, hier konnten wir schon, ich glaube, das Window war irgendwie vernagelt oder so und wir haben es schon mal geöffnet gehabt. Und da würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal hinein, Selma. Wenn wir das Haus jetzt wiederfinden, deshalb sollten wir jetzt erstmal in den Süden. Ich tippe mal South ein und nochmal South. Und jetzt sind wir North of the House. Sehr schön. Genau. Und das war die Verwirrung, die ich irgendwie hatte, weil wir sind ja hier links gestartet. Also, wir sind West of the House gestartet. Ja. Sind dann nach Westen gegangen. Zwei Schritte. Zwei Schritte wieder zurückgegangen. Richtig. Und waren dann irgendwo hier. Ja. Und sind dann hier durchgeiert, bis wir dann wieder hier waren. Richtig, richtig. Also, es ist ein Wunder, dass wir dort angekommen sind, wo wir jetzt sind. Ja, absolut. Ein Wunder. Ich hoffe, dass wir nicht noch mehr Wunder benötigen bei dem Spiel. Wir schauen mal. Also, Selma, wir gehen jetzt nach Osten, oder? Ja, ich mache hier nur mal einmal so einen Strich hin. Da ist irgendwas. So, wir sind jetzt behind house. Ich tippe nochmal look. Und jetzt haben wir das Fenster, das kleine Fenster, was offen ist. Das heißt, ich würde jetzt sagen, go to window, oder? Ja, oder through. Okay, probieren wir das mal. Ahahaha. Ja, Selma. Wir sind durch das Fenster eingestiegen und wir befinden uns in der Küche des Weißen Hauses. Ja. A table seems to have been used recently for the preparation of food. Das heißt, der Tisch wurde vor kurzem noch verwandt, um eine Mahlzeit zuzubereiten. Richtig, kann man davon ausgehen, da liegt irgendwie noch vielleicht Teller rum, Besteck, Brotkrümel oder sowas. Also, es muss ja irgendwas gewesen sein, was da offensichtlich... Richtig. Zumindest schon mal eine Flasche, aber da kommen wir gleich noch zu, am Ende des Textes. A passage leads to the west, and a dark staircase can be seen leading upward. Also, wir haben einen Weg nach Westen, in den nächsten Raum, und eine dunkle Treppe, die nach oben führt. Genau. Also, das passt hier jetzt natürlich nicht mehr hin. Das heißt, ich würde das Haus extra aufzeichnen, an einer anderen Stelle. Also, wenn es jetzt eine richtige Karte wäre, würde ich da zu einer anderen Stelle gehen. Aber, Selma, du kannst hier verschieben. Indem du einfach das Kästchen Behind House anklickst und es nach rechts ziehst... Ja, aber ich müsste dann alles größer machen. Na gut, okay. Einverstanden. Also... Weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie groß das Haus ist. Das heißt, ich müsste das die ganze Zeit immer vergrößern. Okay, dann machen wir extra Karte fürs Haus. Bin ich einverstanden. Also, dann mal mal unser Kitchen. Mache ich hier Kitchen, ne? Genau. Und da kannst du gleich reinschreiben Table. Und da gibt es ein Glas Bottle mit Wasser. Glas Bottle with Water. So, und dann kannst du schon mal einen Strich malen für Westen. Wenn wir mal gleich gucken, wo wir da hinkommen. Und da kannst du dir die Stelle aussuchen. Nach oben... Das hast du noch gar nicht übersetzt. Doch, doch, doch. Ich habe doch gerade erzählt, dass es einen Weg nach Westen geht. Eine dunkle Treppe, die nach oben führt. Ja, da habe ich dir nicht zugehört, Alexander. Also, meine Damen, meine Herren, Selma hört mir manchmal nicht zu. Aber das ist nicht schlimm. Das solltet ihr doch alle jetzt inzwischen wissen, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier noch einen Raum. Und Add Room, den nenne ich dann über der Küche. Oder mach da nochmal X. Wir wissen noch nicht, was für ein Raum das ist. Und dann kannst du an diesen Pfeilen nämlich auch angeben, up oder down. Es gibt bei den Pfeilen wohl die Möglichkeit, dass man auswählt, was das ist. Ob das eine Einbahnstraße ist, ob man hoch oder runter kann. Ach, du meinst bei den Verbindungspfeilen. Bei den Verbindungspfeilen, genau. Over the Kitchen und dann die Pfeile mache ich ja immer nur, diese Standardpfeile. Aber du kannst hier auch sagen, up. Perfekt. So, und dann haben wir hier noch... Ist das andersrum? Ne, doch nicht. Ist richtig. Unten muss es nach up sein und oben nach down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann gehen wir mal weiter im Text. A duck chimney leads down and to the east is a small window which is open. Also, im Osten ist das offene Fenster, durch das wir hineingekommen sind. Und dann gibt es noch einen dunklen Kamin, der nach unten führt. Das ist komisch, oder? Ja, ich schätze mal, das ist der Eingangselmer. Okay. Ein Kamin, der nach unten führt? Ja, chimney ist ja eigentlich mehr, ja, Kamin, Schornstein. Schornstein, ja. Also, wenn es schon Schornstein ist, würde es für mich ja bedeuten, dass da irgendwie Rauch oder so durchkommt und der würde dann ja in die Küche entlüftet werden. Normalerweise sollte der ja rausgehen dann, ne? Es sei denn, es ist ein Kaminschacht, der mehrere Kamine in verschiedenen Räumen miteinander verbindet. Ich glaube, das war früher so bei Burgen beispielsweise, dass du auf verschiedenen Etagen den offenen Kamin hast, aber es der einheitliche Kaminschacht war, oder? Ja, aber auch der müsste ja nach außen führen. Nach oben dann irgendwann. Also, warum geht er nach unten? Sehr merkwürdig. Ja, also die Übersetzung, also es gibt andere Übersetzungen noch. Also, Kamin, Schornstein, aber auch Schlot. Ja, aber ist Schlot nicht das gleiche wie ein Kaminschacht, nur eher im Industriebereich? Ich weiß es nicht. Also, beim Kraftwerk würde ich Schlot sagen. Ja, hast du auch wieder recht. Also, aber wir können uns, glaube ich, einig sein, dass es einfach eher was mit Wärme und Rauchabzug zu tun hat. Und dass es schon wirklich komisch ist, dass es nach unten geht. Und wir können mit Sicherheit sagen, dass es hier keinen Weihnachtsmann gibt, weil wie soll er denn bitte von oben hinein, wenn es nicht nach oben führt? Ja, aber das ist ja eine andere Welt, das ist ja nicht unsere Welt. Vielleicht kommt ja in dieser Welt der Weihnachtsmann von unten. Das stimmt, das stimmt. Okay, also, wir werden es gleich mal austesten. Wir sehen aber noch, dass auf dem Tisch ein brauner Sack ist, der nach scharfen Chili riecht, oder? Hot Peppers? Ja. Ja, Elongated ist ein länglicher. Ein länglicher, perfekt. Also, sollen wir den mal nehmen? Hm. Warum willst du den nicht mitnehmen, Selma? Nein, ich frage mich, ich habe mich gewundert, warum gerade so viel Detail auf diesem braunen Sack liegt, aber nicht auf dem anderen, auf dem Rest, der auf dem Tisch zubereitet wurde. Aber ja, klar, nimm auf jeden Fall mit. Aber vielleicht schaust du erst mal rein, bevor du den mitnimmst. Okay, dann machen wir mal Look. Wir wollen ja nicht die Katze im Sack kaufen. Okay, Look ist falsch. Examine-Sack. Der Sack ist geschlossen, ich öffne den mal. Ja. Ah. Ach, guck an. Also, in dem braunen Sack, als du ihn öffnest, entdeckst du, dass dort eine Mahlzeit drin ist. Ja. Und ein, wie nennt man das, ein Schopf mit Knoblauch? Eine Knoblauchzehe. Eine einzelne Knoblauchzehe. Alles klar, beides genommen. Und wir hatten auf dem Tisch noch eine Flasche mit Wasser, das sollten wir auch einpacken, oder? Ja, Wasser ist wichtig. Kannst du jetzt die Flasche in den Sack stecken? Nee, ne? Ich würde jetzt erst mal nochmal das mir anschauen. Aber okay, alles klar. Put bottle into Sack, oder? Ja. Dann. Ah, cool. Guck, dann haben wir das Mittagessen zusammen. So ist es. Inventory. Aber da wird nicht differenziert. Doch, du hast recht. Die Flasche wird nicht aufgeführt, weil wir sie ja im Sack haben. Und den Sack hast du noch nicht an dich genommen. Danke. Ei, 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 ei. Okay, also, man muss hier wirklich sehr genau sein. Das finde ich schon cool. Dann kannst du ja den Lunch, also das Essen und die Knoblauchzehe wieder zurück tun. Dann hätten wir alles in einem... Ist jetzt völliger Quatsch, aber ich finde das irgendwie faszinierend. Das ist ja so ein bisschen wie bei Ultima. Boxen in Boxen in Boxen. Ach, es ist voll. Okay. Es passt nur die Wasserflasche rein. Und der Knoblauch. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Wasser nach Knoblauch schmeckt, aber egal. Okay. Sag mal, schau mal oben. Wir haben zehn Punkte bekommen. Ich vermute mal, als wir durch das Fenster in das Haus hineingelangt sind, dass wir dafür die zehn Punkte bekommen haben. Meinst du nicht dafür, dass wir rausgefunden haben, dass man die Flasche in den Sack stecken kann und den Sack dann erst an sich nehmen kann? Ich fand das viel cleverer. Nee, ich glaube wirklich, mit dem Betrieb in der Küche kamen die zehn Punkte. Also ich hätte uns die zehn Punkte dafür gegeben. Okay, okay. Ja, das war schlauer. Ja. Ich gucke noch mal im Raum und wir haben eigentlich alles gemacht, was wir hier wahrscheinlich machen konnten. Und wo wollen wir jetzt zunächst hin? Wollen wir uns den Raum investen? Kannst du in den Dark Chimney look into Chimney? Examine. Ja, ja. Ihr seht schon, wir haben hier die US-Tastatur. Deshalb wird es im Laufe des Spiels öfters vorkommen, dass ich Z und X verwechsle. Aber nur, weil ich zwar die deutsche Taste drücke, aber die ist anders. Okay, guck mal. It looks climbable. Also man kann wohl hochklettern und runterklettern. Okay. Richtig. Dann habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig Vorstellung davon, wie das Ding wirklich aussieht. Wir wissen nur, dass wir gleich nochmal auf der Karte was einzeichnen müssen, was nach unten führt aus dem Kitchen. Aber das machen wir gleich. Ich schlage vor, dass wir zunächst einmal nach oben gehen, oder? Okay. So, you have moved into a dark place. It is pitch black and you are likely to be eaten by a gru. Sag mal, was ist ein gru? Das ist eine gute Frage, habe ich auch noch nie gehört. Warte mal, ich frage mal. Ein Schauder. Ein was? Also ein Schauder. Weißt du, man schaudert davor. Ah, okay. Also es ist gar kein Lebewesen. Und es kommt aus dem Schottischen. Es ist auf jeden Fall dunkel und wir sehen nichts. Meine Vermutung ist, dass wir hier später nochmal hinkommen müssen, wenn wir eine Lampe oder irgendetwas in der Art haben. Das heißt, ich würde jetzt wieder runtergehen, wenn du einverstanden bist. Ach so, meinst du, weil wir nicht sehen, ne? Genau. It is pitch black. Mhm. So, das hat funktioniert. Wir sind wieder unten. Ach, wie hieß das denn jetzt da oben? Hieß das einfach nur Upstairs? Einfach Dark Place. Perfekt. Und ich gehe jetzt mal in den Westen. Und wir sind im Wohnzimmer. Oh, zwei interessante Sachen. Aber der Reihe nach. Wir sind im Wohnzimmer. Es gibt eine Tür im Osten. Ja, durch die sind wir ja gerade gekommen. Hoffe ich. Richtig. Dann gibt es eine hölzerne Tür mit merkwürdigen gotischen Buchstaben im Westen. Mhm. Die aber scheinbar vernagelt ist. Also wahrscheinlich die Haustür. Mhm. Dann gibt es einen Trophäenschrank. Ja. Den brauchen wir auf jeden Fall, weil dort müssen wir nämlich unsere Trophäen hineintun. Ich hatte es ja vorhin vorgelesen. Mhm. Und dann gibt es einen großen orientalischen Teppich in der Mitte des Raumes. Dann haben wir über den Trophäenschrank einen Elvish Sword of Great Antiquity. Also ein Schwert. Ein elvisches, oder? Ich vermute mal. Elvisch. Guck mal, elvisch. Elvisch, ja. Und, halte dich fest, eine Laterne, die von einer Batterie betrieben wird. Ich frage mich, woran man das erkennt. Okay, an der Lampe dann, dass es eine Glühbirne ist. Na, da steht Battery Powered Press Lantern. Ah, das habe ich, ich notiere nebenher die Inhalte des Raumes, deswegen habe ich da nicht so drauf geachtet. Aber die ist dann auch noch aus Bronze, eine batteriebetriebene Bronze Laterne. Richtig. Das ist ja schon so ein bisschen von der, oder so stelle ich es mir gerade vor, so ein bisschen Jules Verne, oder? So gerade auf der Schwelle zwischen mechanischen und elektrischen Maschinen und so. Das finde ich schon sehr interessant. Ja, finde ich auch. Steam Powered kann man, glaube ich, nicht so direkt sagen, oder? Nee. Steampunk? Ich weiß es nicht. Werden wir mal schauen. Aber auf jeden Fall ist hier schon die Batterie einmal erfunden. Ja. Und wir waren 900 irgendwas, oder? Richtig. 1300? Ne, 900 irgendwas, wenn ich mich recht entsinne. Okay, also, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal das Schwert und die Lampe und dann schauen wir uns mal den Teppich und den Schrank an. Mhm. Okay, also, Textwort? Sword. Sword. Ich sage es immer falsch, fragt mich nicht warum. Ja, ich habe das früher auch immer falsch gesagt, bis meine Englischlehrerin mich das 30 Mal hat an die Tafel schreiben lassen. Was habt ihr denn für einen Text gelesen, wo ein Schwert vorkam? Das weiß ich nicht mehr. Okay, also, ich habe mir das Schwert etwas näher angeschaut und da gibt es nichts Besonderes. Okay. Aber es ist doch ein elvisches Schwert, was sehr antik ist. Hm. Also, sehr alt auf jeden Fall. Alt und offensichtlich gibt es in dieser Welt halt nicht nur Menschen, ne? Mhm. Könnte es sein, dass dieses Schwert bereits eins der Sachen ist, die wir finden müssen und die wir einfach in den Schrank reintun müssen? Wenn wir das mal machen, dann gucken wir mal, ob sich an der Punktzahl was ändert. Oder machen wir das lieber später. Vielleicht brauchen wir das Schwert ja noch. Ja, aber dann kannst du es bestimmt wieder rausnehmen, oder? Okay, ich puß mal rein. Put Swort into Case. Aber ich muss natürlich erstmal den Schrank öffnen. Und jetzt nochmal. Put Sword into Case. Ne, keine Änderung beim Punktzahl. Dann nehmen wir es lieber raus. Scheinbar nicht. Ich denke, das ist wahrscheinlich wirklich eine Waffe, mit der wir uns erwehren müssen. Richtig. Also, ich nehme es wieder raus. Ja. So, was hat man denn noch? Ich würde jetzt mal den... Kannst du Equipped Sword sagen? So wie in einem Rollenspiel? Ne. Ne, okay. Aber Equipped wird das nicht noch mit einem E geschrieben. Aber gut, er kennt ja eh die ersten vier, fünf Buchstaben. Nur deshalb müsste es jetzt hier egal sein. Ich glaube auch. Ich würde jetzt die Lampe noch nehmen. Ah, die Lampe ist aus. Das heißt, wir werden gleich sie anmachen und dann hochgehen. Und dann schauen wir mal, was sich oben noch befindet. Ne, wir gehen erst hoch und machen sie dann an. Wer weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel auch trackt, wie viele Schritte du die Lampe anhast und die irgendwann ausgeht. Okay, dann machen wir das so. Wir sollten uns jetzt vielleicht nochmal diese gotischen Buchstaben an der Tür mal anschauen, oder? Ja. Xamon Letters. Okay. Wenn man sie übersetzt, heißt es, dieser Platz wurde absichtlich leer gelassen. Richtig. Sehr schön. Also damit können wir noch nichts anfangen. Wir schauen uns mal den Trophäenschrank an. Er ist leer. Wir kriegen ansonsten keine weiteren Informationen. Und wir hatten noch einen Teppich, oder? Ja. Also Xamon Rug. Da gibt es nichts über den Carpet. Anderes Wort für Rug. Sollen wir es mitnehmen? Ja. Zu schwer können wir nicht einpacken. Keine Chance. Kannst du ihn aufrollen und vielleicht ist da drunter eine Falltür oder sowas? Sehr gute Idee. Wie wäre es, wenn wir einfach Move schreiben? Oder Move, ja. Oh. Selma. Super. Mit großer Anstrengung verschieben wir den Teppich. Und auf der einen Seite erscheint eine staubige Falltür. Ja, richtig. Sehr schön. Okay. Also, das haben wir schon mal. Die ist aber bestimmt abgeschlossen, oder? Ich guck mal. Trapdoor. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt guck mal, wie schlau das System ist. Tatsächlich. Er hat gewusst, dass ich hier auswählen kann und hat dann tatsächlich das Richtige angezeigt. Sehr schön. Also, die Tür geht auf und wir sehen eine... Ja, reluctantly, also sträubt sich etwas und öffnet sich dann aber doch... Was bedeutet rickety? Klapperig, wackelig. In die Dunkelheit hinunter. Die Treppe. Mhm. Gut. Wackelige Treppe. Eine wackelige Treppe in die Dunkelheit hinein. Die Frage ist jetzt lieber eine wackelige Treppe nach unten oder einen wackeligen Schlund- oder Schornstein nach unten. Keine Ahnung. Aber das werden wir erst dann herausfinden, nachdem wir oben waren. Denn vielleicht finden wir oben noch irgendetwas, was wir noch für unsere Reise in den Untergrund benötigen. Room, da mache ich jetzt auch nochmal den Raum erstmal drunter, ne? Jawohl. Einen kleinen schönen Effekt werden wir haben, nachdem wir das Spiel gespielt haben. Ich werde nie wieder Sword sagen, sondern immer nur Sword. Ja. Das mag er jetzt hier gerade nicht. Ne, das geht irgendwie hier nicht. Okay, aber ich denke, ich lasse das mal so. Okay. Wir werden es ja nochmal schön machen, bevor wir es dann einstellen. Das ist ja jetzt erstmal nur für uns und für euch, liebe Zuschauer, damit ihr eine Orientierung habt, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ja. Also, ich glaube, wir haben jetzt hier alles gemacht. Guck nochmal. Ja. Aber ist schon irgendwie ein komisches Haus, ne? Also, in dem Haus gibt es eigentlich nur zwei Räume, oder? Drei, wenn wir oben. Ich schätze mal, oben ist ein Schlafzimmer. Ja, okay. Aber es war ja auch ein kleines weißes Haus. Richtig. Dann gehen wir jetzt mal East. Und sind wieder in der Küche. Und jetzt geht es nach oben. Und Lamp. Etik. Wir sind im Speicher. Der einzige Ausgang ist die Treppe nach unten. Und ein Rolles Seil befindet sich in der Ecke des Speichers. Und auf dem Tisch ist ein Messer. Dann nehmen wir beides wieder mit, oder? Ein nasty looking Messer. Also ein gefährlich aussehendes Messer. Das ist vielleicht die richtige Übersetzung. Take Rope. Und take Knife. Wir schauen uns das jetzt gleich nochmal an. Also, über das Seil gibt es nichts Besonderes zu berichten. Vielleicht haben wir mehr Glück beim Messer. Und auch dort nicht. Alles klar. Aber jetzt haben wir schon mal ziemlich viel Ausrüstung, die man als Adventurer in einem Höhensystem braucht. Lampe, Essen, Schwert und Messer und ein Seil. Fehlt eigentlich nur noch ein Schlafsack. Richtig. Ich habe die Lampe nochmal ausgemacht, weil vielleicht müssen wir ja wirklich mit der Batterie haushalten. Ja. Und wir sind heil runtergekommen. Wir sind nicht gestolpert in der Dunkelheit. Uh. Ja, eigentlich soll man ja nicht im Dunkeln die Treppe hoch und runter gehen. Den Fehler mache ich zu Hause auch immer selber. Mitten in der Nacht, wenn ich da irgendwas tun muss. Und dann denke ich mir immer, ah, vielleicht sollte ich doch nächstes Mal das Licht anmachen. Nicht, dass ich mal falle. Ja, besser ist es. Vor allen Dingen in unserem Alter. Richtig. Gut. Jetzt sind wir in der Küche. Wollen wir jetzt durch den Kamin. oder wollen wir die Treppe nehmen? Ja, also ich würde lieber die Treppe nehmen, aber... Dann gehen wir mal nach Westen. Ich glaube, es ist auch ein anderer Zugang gleich zu einem anderen Ort durch den Kamin. Und ich glaube, dass wir dort das Seil brauchen. Aber das werden wir gleich sehen. Jetzt würde ich aber vorsichtshalber die Lampe doch wieder anschalten und dann die Treppe runter gehen, oder? Ja. Gerade. Also jetzt haben wir ja drüber gesprochen. Jetzt müssen wir das auch machen. So. Äh, okay. Wir haben ein Problem, Selma. Lies es erst mal vor. Nachdem wir die Treppe runter gehen, fällt die Tür zu und ich höre, wie jemand sie, ja, verschließt. You are in a dark and damp cellar with a narrow pathway leading to north. Also wir sind in einem dunklen und feuchten Keller mit einer schmalen Passage, die nach Norden führt. Mhm. Einem Crawlway, also etwas, wo man durchkriechen kann. Also einem Gang oder so nach Süden. Ja. On the west is the bottom of the steep metal ramp, which is unclimbable. Im Westen ist das untere Ende einer steilen Metallrampe, die man nicht hinaufklettern kann. Das Schwert glüht mit einem schwachen Blau. Ja. Ja. Mhm. So. Ich vermute mal, dass wir durch den Kamin wieder zurückkommen, dass das der Ausgang ist. Wären wir da runtergegangen, ne? Aber geht ja nicht, ne? Die ist jetzt zu. Irgendjemand hat sie oben zugemacht. Das ist richtig, ja. Gut, dann malen wir den Keller auf. Ja, ich versuch das gerade. Mit den verschiedenen Wegen, die es gibt. Das sind eigentlich nur zwei, ne? Norden und Süden. Genau, hier ist so ein Crawlspace dann. Mhm. Ist jetzt nicht mehr up und down. Mhm. Ist ein normaler. Okay, und dann mach ich hier noch einen. Nach Norden. Nach Norden. At Room. Hier kann man normal hingehen. Mhm. Okay. Wunderbar. Gut, dann haben wir im Westen die Rampe. Da können wir nichts machen. Aber die schauen wir uns vielleicht gleich nochmal näher an. Und im Osten scheint nichts zu sein, ne? Nee. Okay. Mach mal weiter. Ich versuch das ein bisschen logischer zu machen. So. Bei der Rampe gibt es nichts Besonderes zu berichten. Außer, dass wir eine neue Vokabel gelernt haben. Gut. Ja. Das ist eine Rutsche. Acht. Wahrscheinlich für Kohle oder sowas. Mhm. Das war doch früher in Häusern öfters der Fall. Die Heizmittel, ne? Aber dann wäre ja von unter der Küche, müsste das ja hierhin auch wieder in den Keller führen, ne? Entweder über die Küche. Aber das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen es nicht. Ich meine, früher hatten die Häuser ja auch von außen den Zugang. Keller mit Rampen und sowas. Aber soll ich das dann hier nochmal so einen Strich machen? Nein, nein, nein. Ich würde das, ich glaube, das ist nur... Das ist doch dann diese Metallrampe oder der Schuh, oder? Das ist die Metallrampe, genau. Das sollten wir doch trotzdem dokumentieren, oder? Dokumentieren, ja. Okay. Norden oder Süden, Selma? Also nach Norden können wir gehen. Ich gehe lieber erstmal, bevor ich krabbel. Alles klar. Auf geht's nach Norden. Oh. Der Raum des Trolls. Das ist ein kleiner Raum mit Ausgängen. Erinnert dich das gerade auch alles an Goonies? Ja, tatsächlich. Also, wir haben einen Weg nach Osten und nach Süden. Klar, da sind wir ja gerade hergekommen. Okay, mache ich den mal hier. Guck mal, als Verbindung. Wir wissen noch nicht, was das ist. Genau. Und ein Forbidding Hole Leading West. Was heißt ein verbotenes Loch? Forbidding, das heißt nicht verboten, sondern ein abschreckend, abweisend, furchteinflößend, das war's. Ein furchteinflößendes Loch, okay. Bedrohlich. Das ist nach Westen. Nach Westen, genau. Und in den Raum sind Blutspuren und tiefe Kratzer, möglicherweise von einer Axt verursacht, an der Wand. Also in dem Trollraum. Und ein gefährlich aussehender Troll mit einer blutigen Axt blockiert alle Wege raus aus dem Raum. Ja, Brandishing ist noch, hält die so mehr oder weniger liebevoll in der Hand und streichelt die sowas in der Richtung. Okay. Und zum Schluss wird uns noch mitgeteilt, dass unser Schwert jetzt sehr stark leuchtet. Richtig. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir versuchen direkt den Troll zu töten. Aber wir wissen ja nicht, ob er irgendwas Böses vorhat. Deshalb würde ich erstmal versuchen, mit ihm zu reden, oder? Deeskalierend. Wir sind ja Pazifisten. Ja, du vielleicht. Aber da das Schwert jetzt ja leuchtet und wenn man sich an Herr der Ringe erinnert, wie hieß es da? Glimm oder so? Ja, Stich hieß das Schwert. Genau. Das leuchtete immer, wenn die Bösen in der Nähe waren. Also, ich hab da eine böse Vorahnung. Aber du kannst es gerne mal versuchen. Wir haben ja gespeichert, oder? Ja, beim letzten Spielstart. Okay, also. Troll. Okay, also. Du bist der Pazifist hier. Der Troll stellt sich als nicht sehr kommunikativ heraus. Jetzt hätte ich fast konservativ gesagt. Kommunikativ heraus. Und hält für einen kurzen Moment inne. Und denkt vielleicht darüber nach, dass du das Handbuch nochmal lesen solltest. Ja, sehr schön, sehr schön. Also, dann sollten wir jetzt versuchen, den Troll mit dem Schwert zu töten, oder? Ja. Soll ich jetzt tippen? Wie macht man Attack? Genau, das ist gut. Ja, Kill. Das ist eine gute Idee. Nicht angreifen. Töte ihn einfach. Kill Troll. Perfekt. Kill Troll with Sword. Sword kannst du auch weglassen. Ah. Okay. Also, ein schneller Streich, aber. Ja, ein schneller Stich. Ja. Aber der Troll hat damit gerechnet und war in Verteidigungsposition. Und du kannst, oder wir können gerade noch zur Seite springen, als seine Axt an uns vorbeisaust. Sollen wir versuchen, ihm die Axt wegzunehmen? Ja. Ja, gute Idee. Warum nehmen wir nicht den ganzen Troll? Aber guck hier. Also, der Troll schwingt die Axt außerhalb meiner Reichweite. Ja. Und die Axt schlägt gegen den Felsen und es entsteht ein Funkenschlag. Richtig. Das machen wir jetzt. Hm. Sollen wir laufen? Wir können ja versuchen, wieder nach Süden zu kommen. Ja, offensichtlich will uns das Spiel ja nicht wirklich verletzen, ne? Scheinbar. Hätte der ja schon mal getroffen. Aber wir können ja auch nicht weg. Hattest du nicht vorgelesen, dass alle Wege blockiert sind? Eigentlich schon. Ah, was hältst du von der Idee, wenn wir ihm das Essen geben? Oh, das ist eine gute Idee. Ja, erstmal den Knoblauch. Vielleicht ist das in dieser Welt wie bei uns gegen Vampire. Oh, schau mal hier. Ja. Okay. Also, der Troll, der nicht übermäßig stolz ist, akzeptiert großzügig dein Geschenk. Hat nicht den feinsten Geschmack. Isst glücklich dein dargebotenes Essen. Mhm. The Troll hits you with a glancing blow. Also, der Troll trifft dich mit einem Streifschlag und du bist kurzzeitig, ja, gelähmt. Benommen. Kannst dich nicht bewegen. Benommen, ja. Ja. Wollen wir ihm mehr zu essen geben? Was haben wir denn alles? Wir haben jetzt, wir haben noch einen Meal. Also, wir haben Messer, wir haben Seil, wir haben die Lampe, wir haben das Schwert, wir haben den Sack. Da haben wir noch Wasser drin und unser Lunch und ein Leaflet. Ja, und guck mal, was da ganz unten steht. Oh, er schlägt wieder nach uns, aber er trifft uns nicht. Ja, also jeden Zug, den wir machen, greift er uns an. Ja. Ja, dann würde ich ihm den Rest auch noch vor die Füße werfen von dem Essen. Ja, okay, hat nicht geholfen. Er isst es auf und wir sind wieder benommen. Ja. Guck mal, er hat selbst rausgefunden, dass es der Troll ist. Also, du hast ja nur gesagt, give Leaflet und er hat selbst den Klammern to the Troll dahinter geschrieben. Aber er isst es. Ja. Und der Troll trifft uns mit einem schweren Stark und wir sinken zu den Knien. Oh, weiß ja immer, was machen wir jetzt? Ja, ich glaube, dass die Art des Spieles uns zu sagen, unsere Zeit geht zu Ende. Also, ich glaube, so viele Züge haben wir jetzt nicht mehr. Befürchte ich auch. Vor allem haben wir jetzt schon Sachen weggegeben, die wir bestimmt nachher brauchen. Und diese Spiele sind ja so konzipiert gewesen, dass wenn man Sachen verbraucht hat, man dann nicht mehr weiterkommt und das Spiel dann wirklich zu Ende ist. Ich versuche jetzt nochmal nach Süden zu gehen. Du hast ja immer nur Attack gesagt, oder? Hast du auch gesagt, dass mit dem Schwert angegriffen werden soll? Ja, eigentlich habe ich das gemacht. With Sword, ja. Ja, aber ich würde jetzt vielleicht Kill machen. Oder Swing, Swing Sword at Troll. Lass mich mal Kill ausprobieren. So, ich bin gerade noch dabei, mich von dem letzten Schlag zu erholen, sodass mein Angriff nicht effektiv ist. Und die Axt des Trolls geht knapp an meinem Ohr vorbei. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier weiterkommen. Ich befürchte, entweder sterben wir hier, oder wir brauchen irgendwas anderes, um den Troll davon zu überzeugen, uns hier vorbeizulassen. Guck mal, wir haben schon 35 Punkte bekommen. Ja, aber das war vorher, als wir den Raum betreten haben. Ach so. Ja, dann versuch nach Süden zu gehen. Ich meine... Ja, das hat geklappt. Wir sind jetzt im Süden. Kommt er jetzt hinterher? Nee, der Troll scheint nicht hinter uns her zu sein. Wir können es ja ausprobieren. Wir können jetzt nochmal weiter in den Süden gehen. Okay. Mhm. Hattest du den Troll eingetragen auf unserer Karte? Hm, nee. Ich habe nur den Trollraum. Das ist ein guter Punkt, ja. Habe ich. So, und du bist jetzt... Ah, East of Qasim. Da bin ich jetzt verwirrt. Ich gucke gerade, ich habe hier die Übersetzung. Nee, ich meine nicht mit der... Also, du bist... Wir sind südlich zurückgelaufen, sind in den normalen Keller wiedergekommen. Und du bist jetzt südlich gegangen und bist östlich vom Qasim. Das heißt... Okay. Du befindest dich am östlichen Rand eines Abgrundes, dessen Grund du nicht sehen kannst. Eine schmale Passage führt nach Norden. Das ist da, wo wir herkommen. Und der Weg, auf dem sie sich befindet, führt weiter nach Osten. Dein Schwert leuchtet nicht mehr. Hm, also die schmale Passage, das ist ja dieser Coral Space, durch den wir gekommen sind. Genau. A narrow passage goes past your continuing is east. Also führt nach Osten ein Pfad. Mhm. Aber der Raum heißt East of Qasim. Das heißt, wir sind östlich von dem... von der Schlucht. Mhm. Das heißt, westlich von uns ist dann eine Schlucht? Scheinbar. Ja, scheinbar. Okay, soll ich die dann einzeichnen? Glaub nicht, dass wir da hin... Macht das mal, aber ohne Verbindung. Okay. Okay, hab ich. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter nach Osten, oder? Ja. Und jetzt sind wir in einer Kunstgalerie. Oh, ich muss hier jetzt mal den Raum eintragen. Gerne. Äh, ja, Galerie. Aber das muss ja keine Kunstgalerie sein, oder? Doch, es ist eine Art Gallery. Okay. Richtig, ja. Aber die meisten der Bilder wurden von Vandalen gestohlen mit einem außergewöhnlichen Geschmack. Ja. Und die Vandalen haben den Raum entweder im Norden oder im Westen verlassen. Also haben wir da einen Ausgang nach Norden noch, weil wir kommen ja aus dem vom Westen. Ja. Und zum Glück gibt es auch noch die Möglichkeit für uns als Vandale tätig zu sein, denn es gibt noch ein Bild von unvergleichbarer Schönheit. Also, dann nehmen wir doch mal das Bild, oder? Ja. Dann haben wir, glaube ich, das erste für unseren Trophäenschrank. Meinst du? Ja, klar, was denn sonst? Aber es gibt nichts Besonderes über das Bild zu sagen. Okay. Schade. Ja, das finde ich jetzt, okay. Und wir können jetzt entweder in den Osten zurück, aber dann kommen wir wieder am Rand der Schlucht, oder wir gehen jetzt nach Norden. Und wir sind jetzt im Studio des Künstlers, der hier die Bilder gemalt hat. Und der Boden und die Wände ist bemalt mit der Farbe von 69 unterschiedlichen Farbtönen. Merkwürdigerweise hängt hier nichts von Wert an den Wänden. Genau. Und am Südende des Raums ist eine offene Tür, also durch die sind wir ja dann gerade gekommen, oder? Richtig. Auch mit Farbe bedeckt. Und ein dunkler, enger Blund oder Thornstein führt nach oben von einem Kamin. Kamin, genau. Oder oben, Feuerplatz. Es wäre wahrscheinlich möglich, dass du da hochkletterst, aber es scheint dir unmöglich, dass du wieder hinunterkommst dann. Was aber kein Problem ist. Ich vermute, das ist der Zugang zur Küche. Und wenn man dann wieder runter will, muss man einfach wieder den Teppich zur Seite schieben und die Tür öffnen. Richtig. Und loosely attached to the wall is a small piece of paper. Also an irgendeiner Wand hängt ein kleines Stück Papier, was da vermutlich dann irgendwie mit einer Heftzwecke oder irgendwie so angekündigt ist. Richtig. Also, ich habe dieses Stück Papier genommen und wir schauen es uns mal an. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der privilegierter Besitzer von ZORG 1. Das großartige unterirdische Reich. Self-Contained und Self-Maintaining Universe. Was heißt denn das? Und wenn, warte ich. Ein in sich selbst abgeschlossenes und selbst wartendes Universum. If used and maintained in accordance with normal operating practice for small universes. Wenn es gewartet und betrieben wird. Betrieben, ja. Bedient wird in Abstimmung mit den normalen, üblichen Sorgfaltspflichten. Dankeschön, Sorgfaltspflichten für ein kleines Universum. ZORG wird mehrere Monate ohne Probleme funktionieren. Sehr schön. Hilft uns aber auch nicht weiter, oder? Nee. Und wenn ich ehrlich bin, das ist ja schon das zweite Mal, glaube ich, dass diese vierte, die fourth wall, die vierte Wand durchbrochen wird. Und, weiß nicht, finde ich nicht so lustig, irgendwie du? Na doch, ich finde das lustig. Also beim ersten Mal fand ich es auch ganz lustig, weil es ja immer so ein bisschen darauf hinweist, dass das Medium gerade sich selbst seiner bewusst ist. Aber irgendwie, das ist jetzt schon zu viel. Aber okay, das bin doch nicht. Alles klar. Kein Problem. Also Selma, mein Vorschlag wäre, weil wir wollen ja auch langsam an das Ende der heutigen Folge kommen. Wir sollten versuchen, hoch in die Küche zu gehen und dann in das Wohnzimmer, wo der Trophäenschrank ist. Und da können wir das Bild reintun und dann schauen wir mal, ob es eines der Wertgegenstände ist, die wir finden müssen. Was hältst du von der Idee? Ja, mach das mal, damit du deinen Trophäenschrank voll machen kannst. Kleine Chimney. Wir können da nicht hoch mit all dem Zeug, den wir hier mit uns schleppen. So viel Zeug haben wir doch gar nicht. Naja, aber wenn wir ein großes Bild bei uns haben, ist es ein bisschen sperrig und dann könnte es durchaus sein, dass wir da nicht hochkommen. Das ist ein bisschen doof. Dann lasse ich das Bild mal hier. Nein, das hat nichts gebracht. Brauchen wir vielleicht das Seil? Aber wie machst du das dann fest? Du müsstest ja irgendwie so... Hat nicht funktioniert. Hm, erkennt das Wort News nicht, okay. Aber wir nehmen das Bild wieder an uns. Sonst vergessen wir das hier. Das wäre doof. Ja. Ist das mit 69 Farben jetzt auch irgendwie ein Hinweis auf irgendwie was Popkulturelles oder so? Könnte sein. Könnte sein. Weil das sehr spezifisch aussieht, aber ich verstehe es dann nicht. Ich habe folgende Idee, Selma. Wir gehen zurück zum Troll und geben ihm das Bild. Weil, wenn ich das jetzt hier richtig auf unserer Karte sehe, müssen wir bei dem Troll irgendwie vorbei. Ja. Das ist richtig. Einen anderen Bild gibt es nicht, weil den Kamin kommen wir nicht hoch. Gut. Lass uns das ausprobieren. Ich glaube, er ist es. Okay. Dann schauen wir mal. Okay. Also, du musst jetzt dann nach unten. Nach Süden. Ja. Okay. Ich dachte, war das Studio nicht über der Art Gallery? Nein. Ah, okay. Nein. Es war im Norden. So, jetzt sind wir in der Art Gallery. Genau. Und jetzt? Dann nach Westen. Jawohl. Dann nach Norden. Und dann wieder nach Norden. So. Das ist der Trollraum. Und wir haben das Problem. Ja. Die Axt hat eine kleine Wunde in unserem Arm erzeugt. Aber nur ein Kratzer. The flat of the Troll's Axe, also die flache Seite, rappt über die Haut unseres Vorarms. Das ist der Trollraum, der Troll hat das Bild gegessen. Was für ein Kunstbanause. Und die flache Seite, der Axt trifft uns am Kopf und wir sind ausgenockt. Ja. Und der Troll überwindet seine Angst und tötet uns. Richtig. Und wieder irgendwie ganz komisch. Der nächste Satz ist It appears that the last blow was too much for you. I'm afraid you're dead. Also es scheint, der letzte Schlag war zu viel für dich. Ich fürchte, du bist tot. Ist irgendwie auch wieder so eine vierte Wand durchbrochen, oder? So ist es. Interessant. Ja, you have died. Now let's take a look here. Also es scheint jetzt hier so eine Zusammenfassung zu kommen. Du verdienst möglicherweise eine neue Chance. I can't quite fix you up completely, but you can't have everything. Also ich kann dich nicht komplett wieder zusammen oder reparieren, aber man kann halt nicht alles haben. Und das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Aber wir haben Punkte abgezogen gekriegt, oder? Oh ja. Wir haben Punkte verloren, tatsächlich. Das beantwortet die Frage, ob man Punkte wieder verlieren kann. Richtig. Aus der letzten Folge. Das können wir scheinbar. Also, lass uns kurz zusammenfassen. Wir haben es geschafft, das Haus zu betreten. Wir haben hier einige nützliche Gegenstände bekommen, wie zum Beispiel die Lampe, ein Messer, Essen, Wasser. Wir haben den Trophäenschrank gefunden, wo wir nachher im Spiel irgendetwas abliefern sollen. Wir haben sogar den Gang nach unten in den Keller gefunden. Das ist wahrscheinlich der Gang in das unterirdische Reich. Aber wir haben leider auch die Grenzen aufgezeigt bekommen unseres Daseins, nämlich durch einen Troll, der uns getötet hat. Schade. Ja. Schade, schade. Aber okay. Selma, hat Spaß gemacht, oder? Ja. Ich finde es sehr gut. Ich... Naja, das ist ja nur das erste Spiel. Ich jetzt aus heutiger Sicht hätte mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr beschreibende Beschreibungen gewünscht. Du weißt, was ich meine. Also, mehr Beschreibungen, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, weil die Welt ja wirklich komplett anders ist wie unsere. Vielleicht im nächsten. Vielleicht im nächsten. Aber das heißt nicht, dass wir hier kapitulieren. Das heißt nur, dass wir neu anfangen werden. Und wir werden dann, ja, direkt zum Haus gehen, Selma, und die Sachen einsammeln. Falls wir uns auf dem Weg dahin nicht verlaufen. Falls wir uns nicht verlaufen, genau. Das ist das große Risiko. Aber wir werden unser Bestes tun. Meine Damen, meine Herren, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt in diese Folge. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr in die nächste Replay-Folge zum Spielzorg einschaltet. Den Neuanfang, bei dem wir uns hoffentlich besser verhalten werden als bisher. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr euch unsere anderen Inhalte auf unserem YouTube-Channel bei dem Pretty Old Pixel anschauen würdet. Und wenn ihr Lust habt, uns mal live zu erleben, dann habt ihr jeden Dienstag ab 20 Uhr beim Blätterabend die Möglichkeit dazu, wenn Selma und ich durch eine alte Computerspielzeitschrift blättern. Das macht immer sehr viel Spaß. Und Selma, was gibt es Freitag immer auf Twitch? Freitag ist der Spieleabend, an dem ich meistens alleine spiele. Eines der Spiele, die ihr bei uns auf YouTube in der Playliste schon gesehen habt. Im Moment ist das Ultima Underworld. Und zwar im März 2024. Uns bleibt an dieser Stelle nichts anderes übrig, als euch alles, alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss. Tschüss.